So, willkommen bei unserem Webinar Customer Service Satisfaction and Churn Prevention in Closed Loop für ein erfolgreiches CRM. Dieses Webinar wird auf Deutsch stattfinden und ich stelle gleich mal alle unsere Teilnehmer vor, oder Teilnehmer sprich unsere Präsenter. Auf der einen Seite, nächste Folie bitte. Mein Name ist Daniel Latke, ich bin von der Data IQ zuständig für alle Partner und Alliances im Bereich Central Europe inklusive DACH mit uns im Fokus. Parallel dazu habe ich heute mit dabei unseren Partner Essentri mit dem Frank und dem Matthias, die beide über 20 Jahre Erfahrung haben im Bereich Customer Relationship Management. Bitte stellt euch mal kurz vor, Frank und Matthias. Ja, hallo, vielen Dank, Daniel, für die Einleitung. Mein Name ist Frank Oechsle. Ich bin der Head of Data Science bei der Essentri AG und das Ganze schon seit zwei Jahren. Von meiner Ausbildung her bin ich Wirtschaftsmathematiker und war lange Jahre bei der 1&1 in Karlsruhe, habe dort das Thema Churn, also auch die Businessplan KPI, global verantwortet und berufsbegleitend promoviere ich auch in diesem Kontext, sprich im Bereich Uplift und Churn. Ich freue mich auf das Webinar. Mein Name ist Matthias Wurdig, ich bin Wirtschaftsinformatiker und bin schon seit dem Jahr 2011 in dem Bereich Data Science unterwegs, habe ganz unterschiedliche Projekte und Branchen kennengelernt. Ich war beispielsweise im Versandhandel, ebenfalls in der Telekommunikationsbranche, aber auch im Verlagswesen Automotive beispielsweise und habe dort unterschiedliche Projekte mit begleitet, umgesetzt in unterschiedlichen Rollen. Im Wesentlichen haben die sich immer um den Kunden gedreht und deswegen heute auch hier von unserer Seite mit dabei. Okay, vielen Dank Frank, vielen Dank Matthias. Bevor wir wirklich in das Thema einsteigen, noch zwei, drei Worte zur Firma Data IQ, im Falle ihr die noch nicht kennt. Data IQ wurde 2013 gegründet in Paris, hat heute über 460 Mitarbeiter weltweit mit den Hauptstandorten Paris, New York, aber dann auch mit Niederlassungen in Frankfurt, London, Singapur, Sydney in Australien oder Amsterdam. Wir sind hauptsächlich fokussiert bei der Vermarktung unserer Lösung DSS, Data Science Studio, das dank einer kollaborativen Ansatzes eigentlich alle Personen in einem Unternehmen mit integriert in die Projektierung und Umsetzung von Data Science Projekten und das Ganze natürlich auch im Sinne von einer Plattform, die das Ganze orchestriert, sodass wir immer technologieneutral sind, haben immer das Best-of-Brief mit integriert, sodass aber eigentlich die Leute, die im Projekt arbeiten, sich nicht darum kümmern müssen, ob sie heute mit einem Hadoop, morgen mit Spark und übermorgen mit Kubernetes arbeiten wollen, wo auch immer die Daten her sind, haben wir diversen Konnektoren hierzu, aber das werden wir sicherlich auch noch so in Ansatzweise sehen bei der Präsentation. So, das Ganze ist natürlich immer mit dem Ziel, Enterprise AI, diesen Pfad gemeinsam durchzugehen und CRM mit den Uplift-Modellen ist ein Teilbereich davon, aber wir sind natürlich auf dem Tat zu Enterprise AI natürlich ganz viele verschiedene Use Cases. Bevor ich jetzt das Wort an Frank und Matthias übergebe, hier noch ein paar Housekeeping-Rules. Das eine ist, das Webinar wird aufgezeichnet und wird dann kurz nach dem Abschluss dann auch Rewatch wieder verfügbar sein über die Brighttalk-Plattform. Ihr könnt uns Fragen stellen, die wir dann gerne in den verbleibenden 10-15 Minuten im Anschluss beantworten. Hierzu habt ihr die Möglichkeit, unten über die Fragestellung dort in der Input-Box eure Fragen einzugeben. Ich werde die dann am Schluss rausziehen und mit meinen Präsenten teilen und dann die beantworten. Und unter den Attachments habt ihr auch noch zusätzliche Informationen, die wir hinzugefügt haben. Und somit übergebe ich jetzt nun an Frank und Matthias, die uns in das spannende Thema einführen und uns dann einen Einblick geben, wie sich das auch auf einem DSS-System von DataIQ anfühlt. Ich wünsche euch viel Spaß und viele lehnreiche Aspekte. Frank, ich übergebe. Vielen Dank, Daniel, für das Intro. Ich starte mit der Frage, die wir immer unseren Kunden stellen. Die ist natürlich rhetorisch so formuliert, dass da typischerweise ein Nein oder vielleicht ein Jein kommt. Wissen Sie schon, was alles in Ihren Daten steckt? Und diese Frage versuchen wir zu beantworten mit unseren Kunden, mit unserem Data Science Team. Und dieses Data Science Team beziehungsweise die Essentri AG möchte ich auch ganz kurz in ein paar Quick Facts und im Portfolio darstellen. Das ist der erste Agendapunkt. Der zweite Agendapunkt ist dann eine Motivation für ACRM und Churn Management. Warum ist das wichtig? Und im letzten Agendapunkt sind wir dann auf dem Weg von Satisfaction, Kundenzufriedenheit zu Churn Prevention. Und das Ganze werden wir dann abschließend in einer DataIQ DSS-Demo einmal aufzeigen, wie das geht. Kurz zur Essentri. Die Essentri AG hat ihren Hauptsitz in Ettlingen bei Karlsruhe. Daneben haben wir in Deutschland ein Office in Köln und eines in München. Und zudem ein Office in der Schweiz, in Pfeffikon bei Zürich und eines in Balzers bei Waduz in Lichtenstein. In Summe sind wir 75 Mitarbeiter und wir pflegen Partnerschaften mit Oracle, Red Hat, Pivotal und eben im analytischen Bereich mit DataIQ, weshalb wir auch heute hier dieses Seminar, dieses Webinar gemeinsam machen. Wir sind abrundend in der Scope Alliance organisiert. Das ist ein Zusammenschluss von diversen IT-Beratungen, womit wir a. diverse Kompetenzen bündeln können oder b. auch mal eine verlängerte Werkbank haben, wenn das Projektstuffing von der Kappa her zu groß ist für einen alleine. Das Portfolio der Essentri AG ist zunächst ein klassisches IT-Beratungsportfolio. Das heißt, da finden sich Dinge wie Architektur, Software Engineering oder Integration. Aber im Laufe der Jahre sind auch modernere Themen dazugekommen. Das heißt, wir bedienen auch digitale Innovation, digitale Kultur und nicht zuletzt eben Data Science. Das Credo ist Agile and Cloud First, wobei das nicht heißt, dass wir nicht auch mal was On-Prem machen, wenn es sinnig und passend ist. Unterm Strich wollen wir der Easy Entry für unsere Kunden in den digitalen Veränderungsprozess sein. Das heißt, wir wollen den digitalen Wandel als Chance einfach wahrnehmen und unsere Kunden dabei begleiten. Ja, heute geht es um Data Science. Deshalb möchte ich gerne einleitend einmal den Terminus klären. Data Science an sich ist ein junges Feld, ohne konsistente Definition. Aber es kristallisiert sich eine Definition heraus und nach und nach und die ist allgemein anerkannt. Nämlich ist es ein Überschnitt aus drei Disziplinen, Mathematik, Computerwissenschaft und Domänen-Expertise. Das heißt, Data Science ist ein interdisziplinäres Feld und die Zielsetzung ist, Erkenntnisse aus Daten zu extrahieren und zwar mit wissenschaftlichen Methoden. Und es ist explizit so, dass alle dafür erforderlichen Schritte dazugehören. Das heißt, von der Datensammlung über die Modellierung bis zur Ergebnispräsentation. Mathematik und Computerwissenschaft im Schnitt. Ja, da reden wir von Machine Learning. Und wenn dann eben ein Business-Anwendungsfall dazukommt, also die Domänen-Expertise relevant ist, dann ist es Data Science. Das ist also ganz zentral. Data Science beginnt mit einem konkreten Business-Problem. Ja, ich habe gerade ganz kurz schon den Begriff Machine Learning angerissen, Data Science damit in Zusammenhang gestellt und möchte noch die Begriffe Artificial Intelligence und Deep Learning auch einordnen, weil vieles davon auch ganz gerne vermengt wird. Machine Learning, ich habe es gesagt, ist Mathematik und Computerwissenschaft sozusagen kombiniert. Das heißt, ich benutze irgendwelche Programmiersprachen, um neuronale Netze, Support Vector Machines, Regressionen und wie sie alle heißen, umzusetzen. Ein Teil davon ist das momentan sehr gehypte und präsente Thema Deep Learning. Deep Learning sind am Ende des Tages neuronale Netze mit besonders vielen sogenannten Hidden Layers. Das heißt, es sind neuronale Netze, die einer gewissen Struktur oder einer gewissen Architektur folgen. Auf jeden Fall ist Deep Learning als Teil von den neuronalen Netzen ein Teil von Machine Learning wiederum. Und Machine Learning ist wiederum ein Teil von Artificial Intelligence. Da könnten wir uns aber auch was Regelbasiertes vorstellen oder dergleichen. Und Data Science, um da das abzurunden, überstreicht nun alle drei Bereiche und eben auch mehr, nämlich auch das eben schon kurz angedeutet. Es geht immer um ein konkretes Business-Problem. Wie lösen wir die konkreten Business-Probleme? Dafür haben wir in unserer Data Science-Truppe zwei bewährte Methoden, die wir zu Beginn eines Projektes anwenden. Da sieht man einmal auf der rechten Seite den Stairway to Change. Damit kalibrieren wir quasi zu Beginn die Situation. Das heißt, wir stellen den Kunden die Frage oder die Fragen, die dargestellt sind oder beleuchten die Aspekte, die notiert sind in den drei Streams, Analytics, Data Foundation und Data Processing. So entsteht am Anfang eine Landkarte, wo wir einmal den Ausgangspunkt gemeinsam definieren und aber auch den Zielpunkt. Und dann ist klar, wo wir hinwollen. Und dieser Weg, und jetzt bin ich auf der linken Seite, den gehen wir über die Easy-Predict-Methode. Das ist ein Ansatz, der sich stark am branchenübergreifend anerkannten CRISPR-DM-Prozess orientiert. CRISPR-DM heißt Cross-Industry Standard Process für Data Mining. Und die zentrale Botschaft ist, dass der modular ist und iterativ. Am Ende des Tages entsteht eine Partnerschaft und ein Empowerment beim Kunden. Ja, das zur Theorie in der Praxis können wir sagen, dass wir im Team 40 Jahre Data Science Erfahrung zusammenbringen, was, denke ich, beachtlich ist bei der Jugend dieser Disziplin. Und zwar Erfahrung in Konzeption und Umsetzung von Datamards, Data Lakes oder sonstiger zu Bundeliegender Datenstrukturen, aber auch in der Konzeption und Umsetzung von Advanced Analytics Lösungen. Und das Ganze eben branchenübergreifend. So viel einleitend zur Accenture und zur Terminologie. Jetzt die spannende Frage, warum ist analytisches CRM wichtig und im speziellen Churn-Management? Auch hier ganz kurz eine Begriffsklärung. Ich habe es gerade schon ausgesprochen. Accenture heißt Analytisches Customer Relationship Management. Und da geht es um die systematische Bearbeitung und Auswertung von gesammelten Daten über das Kundenverhalten. Also welche Kontakte habe ich mit meinem Kunden? Wie reagiert er auf gewisse Dinge? Und das übergeordnete Ziel ist eine ganzheitliche Sicht auf den Kunden und darauf aufbauend einfach eine ideale Beziehung in welcher Zielsetzung auch immer. Und ein Teil davon, eine spezielle Komponente ist eben das Churn-Management. Wobei der Begriff Churn aus dem Englischen kommt und sich aus Change und Turn zusammensetzt. Und letztlich geht es um Kündigungen. Und der Churn ist dabei die Anzahl der Kündigungen in einer bestimmten Periode durch die Anzahl der Kunden oder Verträge. Das heißt, wenn ich 100 Verträge habe und 10 Kündigungen, dann wäre der Churn 10%. Ergo haben die Unternehmen im B2C-Kontext das Ziel, den Churn zu minimieren. Betrachtet man den Subscription-Markt, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt, dann stellt man fest, der explodiert förmlich. Ich referenziere hier den Billwork Subscription-Report, was einer unserer Partner ist. Den kann man auch auf der Homepage bei uns finden. Und da lässt sich ablesen, dass in den letzten Jahren, rund fünf Jahren, der Subscription-Markt um 6000% gewachsen ist. Das heißt, das Volumen wiederkehrender Umsätze hat sich nahezu versechzigfacht. Und überall, wo es wiederkehrende Umsätze gibt oder sogar Subscriptions, Abo-Modelle, ist natürlich Churn ein Thema. Und an der Entwicklung kann man ablesen, dass Churn massiv an Bedeutung gewinnt und das Management dessen. Ja, was auch noch eine spannende Erkenntnis ist, wenn man dieses Diagramm anschaut, dass es vor allem die reifen Unternehmen sind. Und reif heißt in dem Fall älter als zehn Jahre, die das Wachstum antreiben. Das heißt, wir reden hier nicht über Startups, die neu reinkommen und sich jetzt in Subscription versuchen, sondern es sind auch etablierte Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle dahingehend umstellen. Und selbst wenn Sie jetzt bei sich vielleicht kein Abo-Vertragsverhältnis vorliegen haben und sagen, Subscription ist für mich nur bedingt relevant, dann würde ich mal unterstellen, dass die große Mehrheit der hier Zuhörenden in irgendeiner Art und Weise im B2C-Kontext unterwegs sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist es mit Bestandskunden, wie ist es mit Neukunden, wie muss ich Schwerpunkte setzen? Und da lässt sich festhalten, dass es fünfmal mehr kostet, einen Neukunden zu gewinnen, als einen bestehenden Kunden quasi zu erhalten. Und auch das ist natürlich eine wichtige Botschaft und zeigt, dass Customer Relationship Management oder Turn Management uns alle angeht sozusagen. An der Stelle habe ich jetzt die Motivation bereitet und würde an den Matthias übergeben. Dankeschön, Frank. Genau. An dieser Stelle schauen wir jetzt einmal tiefer, speziell auch aus einem Satisfaction-Service-Ansatz herein. Warum ist es wichtig, Churn Management zu tun, haben wir eben gehört. Wie ganz konkret können wir das tun, um eben dann auch Prevention-Maßnahmen in dem Bereich Churn umsetzen zu können. Grundlage für uns für ein analytisches CRM und auch für jedes Churn Management ist generell eine Infrastruktur, die leistungsfähig ist, die eben die Use Cases bedient. Das bedeutet für uns, wir bauen im Normalfall eine Cloud-Infrastruktur, in Ausnahmefällen auch On-Premise-Infrastruktur in Rechenzentren bei den Kunden aus, auf und sammeln dort Daten über unsere, die die Kunden bereits in ihren Systemen allerdings verteilt in Silos haben, an einer zentralen Stelle. Was sind das für Daten? Das können ganz, ganz unterschiedliche Daten sein. Wir haben hier einmal exemplarisch aufgezeigt, was in diesen Data Storage oder in diesen Data Lake mit reinfließen könnte. Das können beispielsweise Warenkorbinformationen sein, was schaut sich der Kunde für Produkte an, Logistikinformationen, aber auch super, super relevant, vor allem für Serviceanbieter, wie wir es jetzt eben gesehen hatten, sind Informationen über die Nutzung, über die App-Nutzung, Informationen über die Website, über die Website-Nutzung der Produkte. Social-Media-Informationen ist ein relevanter Aspekt, wo wir auch später nochmal kurz streifen werden, wie diese zu verwerten sind. Und ganz, ganz zentral, daher mittig unten dargestellt sind die vorhandenen Systeme und Datenbanken. Darunter zu fassen ist alles, was an Live-Systemen zur Verfügung steht, um eben genau Informationen der Kunden zu erhalten. Subsumierend sind das Stammdaten, Vertragsdaten, Vertragsinformationen, die wir an der Stelle ebenfalls einsammeln. Ich hatte es eben angesprochen, häufig setzen wir diese Infrastruktur in der Cloud um. Da gehört natürlich etwas an Aufwand dazu, um so eine Infrastruktur aufzusetzen, um dann in der Lage zu sein, Daten, Analytics, Data Science, Reporting und schlussendlich Business-Optimierung durchzuführen, was unser oberstes Ziel ist. Um, wie durch Frank gezeigt, in einem ersten iterativen Prozessschritt da allerdings schnell an Ergebnisse zu kommen, fahren wir folgenden Ansatz, dass wir die Dateninfrastruktur etwas schmaler halten und dafür die Essentary Cloud nutzen. Hier haben wir bereits vordefiniert einige dieser Prozessschritte gesetzt und können dadurch relativ schnell erste Erfolge aufzeigen. Wenn wir uns nochmal die Definition von Churn in Erinnerung rufen, die uns Frank eben gegeben hat, möchten wir die an der Stelle einmal um unsere Erfahrung ergänzen und zwar sehen wir im Wesentlichen hier drei wichtige Bausteine, die schlussendlich signifikant auf den Churn einzahlen können. Das ist einmal die Customer Experience, das ist einmal der Customer Service und das Thema Satisfaction. Aus unserer Sicht und aus unserer Erfahrung aus den vergangenen Projekten spielen die eine essentielle Rolle und deswegen werden wir auf die drei Punkte nochmal explizit eingehen. Beginnend an der Stelle möchte ich mit dem Thema Customer Experience. Was bedeutet es bzw. was tun wir in dem Bereich Customer Experience? Wesentlich für uns hier ist einmal die Erfassung und deskriptive Analyse von Experience Daten. Was sind oder was können Experience Daten sein? Das sind beispielsweise Nutzungsinformationen auf der Website, die sich eben über den gesamten Customer Lifecycle eines Kunden ansammeln, die wir im ersten Schritt mehr oder weniger automatisch zum Teil schon erfassen, die eben an der Stelle ausgewertet werden sollen. Ziel dieser Analyse ist es immer, einen Zusammenhang zwischen Customer Experience Informationen und dem Churn herzustellen. Das heißt, wir suchen in den Daten nach Zusammenhänge, die wir an der Stelle eben identifizieren und aufzeigen können. Wenn wir diese Zusammenhänge gefunden haben, dann schauen wir an der Stelle noch ein bisschen genauer hin und versuchen einfach zu identifizieren, ob es gewisse Trigger Events für gewisse Aktionen gibt. Beispielsweise kann ein Kunde sein Produkt nicht aktivieren, kündigt er es. Ich sage mal, relativ logisch und nachvollziehbar, auch mit gesundem Menschenverstand, aber gibt es beispielsweise viel mehr dieser Trigger Events, die eben versteckt Informationen in den Daten liefern und die dann zutage fördern. Das heißt, der Bereich Customer Experience ist für uns sozusagen einer der ersten Anlaufstelle, wo wir was gut machen können, um den Kunden bei uns zu behalten, beziehungsweise erste Indikatoren sehen, wenn Dinge nicht ganz so gut laufen, dass Kunden eben unzufriedener werden, sich im Service melden und schlussendlich auch kündigen. Sich im Service melden ist genau das richtige Stichwort und zwar leite ich an der Stelle über zum Bereich Customer Service. Ebenfalls wie der Bereich Customer Experience liefert der Bereich Customer Service super viele Informationen über unsere Kunden, die wir auch für ein Churn-Modell auf jeden Fall mit berücksichtigen wollen. Wie gehen wir hier vor? Relativ ähnlich. Auch hier erfassen wir zunächst die Daten. Wir führen deskriptive Analysen durch, insbesondere hinsichtlich der Anrufgründe, warum melden sich die Kunden bei uns, wo haben sie Probleme, gibt es gegebenenfalls im Experience-Umfeld was zu verbessern. Auch hier mit dem Ziel, im Zusammenhang zwischen Customer Service, Churn, zu identifizieren und an der Stelle eben dann auch erste Maßnahmen umzusetzen, um eben die Experience beispielsweise zu verbessern. Die Identifikation und Reduktion der Ursachen für Service Calls ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, wo Unternehmen vor allem auch sehr viel Kosten einsparen können durch die Einsparung von, ich sag mal, unnötiger Service Calls, die an der Stelle nicht benötigt werden. Das heißt, en passant machen wir oder optimieren wir nicht nur das Churn-Management, sondern können auch im Customer Service gleichzeitig eine Optimierung durchführen. Der dritte Punkt ist das Thema Customer Experience, Entschuldigung, Customer Satisfaction. Bei Customer Satisfaction ist es ein bisschen differenzierter zu betrachten im Vergleich zu Experience und Service. Die Experience- und Service-Daten sind im Wesentlichen in den Unternehmen vorhanden. Kundenzufriedenheit muss hingegen erst noch erfasst werden. Wie kann die Kundenzufriedenheit erfasst werden? Beispielsweise durch eine NPS-Befragung. NPS steht an der Stelle für Net Promoter Score und bildet im Wesentlichen ab, wie viele negativ gestimmte Kunden stehen positiv gestimmten Kunden gegenüber. Ich habe hier rechterhand einmal eine Grafik eingeblendet. Die hat Personen von 0, von 1 bis 10 in unterschiedlichen Farben eingefärbt. Ich will sagen, bei der NPS-Befragung wird den Kunden die Frage gestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass sie das Produkt oder den Service ihren Freunden weiterempfehlen. Die Antwortmöglichkeit liegt auf einer Skala zwischen 1 und 10. und eben wie hier in dieser Grafik dargestellt, werden die Kunden einklassifiziert. All jene mit einer Antwort zwischen 1 und 6 werden als Detraktoren, also vermeintlich schlecht, die negativ über das Unternehmen sprechen werden, klassifiziert. 7 und 8 sind die neutralen Kunden, die werden in der NPS-Berechnung außen vor gelassen, währendhin 9 und 10 als Promotoren wahrgenommen werden. Das sind diejenigen, die positiv über das Unternehmen sprechen, auch sehr aktiv den Service oder die Produkte ihren Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Auch hier suchen wir, wie in den vorangegangenen Bereichen schon erläutert, einfach Zusammenhänge zwischen Customer Satisfaction und dem Churn, ebenfalls zwischen Customer Experience Service und dem Churn. Exemplarisch haben wir das hier auch einmal dabei, wenn wir uns auf der Y-Achse, also in Höhe gedacht, einmal eine durchschnittliche Churn Rate ins Auge fassen, während wir auf der X-Achse jetzt eben für diese Detraktoren, Neutrale und Promotoren, beziehungsweise für dieses jeweilige NPS-Rating, das die Kunden abgegeben haben, die Skala von 1 bis 10 denken, dann haben wir hier in den negativen Bereichen bei den Detraktoren eine deutlich höhere durchschnittliche Churn Rate, als wir es im Beispiel bei den Promotoren sehen, die in unserem Datensatz glücklicherweise gar nicht gekündigt haben. Genau, bei Customer Satisfaction gehen wir ebenfalls hin, dass wir die Gründe für die Zufriedenheit identifizieren und ein Teil der Gründe kann in jedem Fall auch in den vorangegangenen Disziplinen, sprich Customer Experience Analytics und Customer Service Analytics liegen. Weil wir dieses Thema als extrem wichtig erachten, haben wir hier einen kleinen Baukasten für uns zusammengestellt, wie Customer Experience, Customer Service und Satisfaction als Frühwarnsystem für Churn funktionieren können. Ein Thema ist der Anfang, ich hatte es eben erfasst, die Konzeption und Umsetzung von einem Online-Rating, das heißt, Befragungen werden nicht mehr klassischerweise per E-Mail erhoben, sondern im Produkt selbst. Ein weiterer Baustein ist, die NPS-Kennzahl auch auf Service anzuwenden, das heißt, mit NPS-Befragungen werden auch Service Calls qualifiziert und im Endeffekt auch auf ihre Lösungsrate, auf die Call Resolution Rate hin bewertet. Ebenfalls schauen wir uns Faktoren wie Average Handling Time, Pick-Up Time, also wie lange dauert es, bis ein Service Call gehandelt werden kann, also bis ein Agent mit dem Kunden spricht und wie lange dauert die allgemeine Fallbearbeitung ab, die eben als Indikatoren für negative Churn Rates stehen. Daraus entwickelt haben wir ein NPS oder Churn Key Detailment Reporting. Das bedeutet, wir haben ein Reporting, das uns die Haupteinflussgrößen auf unsere Zielgröße, in dem Fall NPS oder Churn, gibt und das Ganze als Reporting dargestellt, um eine dauerhafte Lösung abzubilden, werden wir uns später auch in Data IQ direkt anschauen. Weiterer Punkt, Social Media, NPS und Tonalitäten Monitoring, indem man eben die Social Media Kanäle wie Twitter, Facebook beispielsweise mit anbindet, um eine Social Media Stimme mit zu integrieren. Das ist eine externe Quelle, gibt aber dennoch einiges an Aufschluss über die Unternehmen. Die Schwierigkeit bzw. die Herausforderung, speziell in dem Customer Satisfaction Bereich, ist diese, dass wir nicht für jeden Kunden wissen, wie zufriedener ist da nicht jeder Kunde die Befragung durchführen oder die Befragung, die wir ihm schicken und wünschen, dass er daran teilnimmt, durchführt. Das heißt, im ersten Schritt sagen wir, okay, mind the gap, wir kennen diese Lücke, aber wir möchten diese Lücke schließen. Das heißt, unser Vorgehen ist folgendes, wir schätzen explizit auf Basis von vorhandenen Daten, einmal Customer Satisfaction Werte, wir schätzen ein Service Bedürfnis der Kunden und wir schätzen dieses Experience Level, wo steht der Customer in seiner Journey für jeden einzelnen Kunden und sind damit wiederum in der Lage, zielgerichtete Prognosen auch im Journey Prevention und Prediction Umfeld durchzuführen. Und Journey Prediction ist genau das Richtige. An der Stelle übergebe ich wieder an Frank. Ja. Die genannten Aspekte, der Matthias hat sie aufgezählt, sind alle relevant, wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie können wir Bestandskunden erhalten und zurückgewinnen. Natürlich eine gute Customer Experience und zufriedene Kunden und alles, was davor in der Kundenbeziehungslinie passiert, ist natürlich besser als jedwede Term Prevention oder Retention. Dennoch passiert es, dass Kunden kündigen und eben den gefürchteten Unsubscribe-Button drücken und deshalb ist es relevant, damit umzugehen. Dabei unterscheidet man zwei Teildisziplinen. Das eine ist Prevention und das andere ist Retention. Retention ist das, was passiert, nachdem der Kunde seinen Kündigungswunsch ausgesprochen hat, in der verbleibenden Zeit bis zum Vertragsende. Das heißt also, das, was passiert, wenn Sie morgen Ihren Mobilfunktarif kündigen und übermorgen einen Anruf bekommen von Ihrem Mobilfunkprovider, der dann fragt, was los ist und ob er Sie nicht umstimmen könnte. Das ist Retention. Das ist von der Vorhersagemodellierung das bedeutend einfachere, weil der Kunde den Start selbst triggert in dem Moment, wo er seinen Kündigungswunsch äußert. Das Thema Churn Prevention ist das, was vorher passiert, das präventive Churn verhindern und da ist eben die spannende Fragestellung, welcher Kunde oder welche Kundin wird denn einen Kündigungswunsch äußern und das muss man vorhersagen, das möchte man vorhersagen, um idealerweise erst gar nicht in die Retention-Rubrik zu gelangen. Grundlage dafür ist eine solide Churn Prediction, das heißt, eine Vorhersage von kündigungsgefährdeten Kunden ja, eine Analyse und Identifikation idealerweise der Kündigungsgründe, um direkt schon möglichst Ursachen auch abzustellen und im Speziellen eine Vorhersage von stark gefährdeten Kunden, also stark kündigungsgefährdeten Kunden, um dann eben Modelle, die Kündigungswahrscheinlichkeiten vorhersagen unter Verwendung von Zufriedenheits- und Servicewerten, Geschätzten zu optimieren. Was man klassischerweise benutzt oder was also einem klassischerweise begegnet im analytischen CRM, wenn es um Data Science Methoden geht, sind sogenannte Response Modelle. Das kann man sich im Vertrieb vorstellen, aber auch im Churn-Kontext. Ein Response Model ist ein Data Mining Prototyp, das heißt, es geht darum, ein Supervised Learning Modell zur Auswahl von Kunden zu finden und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit, die möglichst hoch sein soll für die betreffende Reaktion. Das kann im Vertriebskontext der Kauf eines Produkts sein oder im Churn-Kontext eben eine Kündigungsgefahr. Und im Anschluss würde man dann eben die Kunden mit der höchsten Wahrscheinlichkeit passend zum Werbebudget kontaktieren. Der Kritikpunkt an dieser Vorgehensweise ist, dass man hier so tut, als würde die Wahrscheinlichkeit für eine Reaktion einzig von der Marketingkampagne abhängen. Nun wissen wir aber, dass Kunden gewisse Grundeinstellungen schon haben, dass sie vielleicht für ein Produkt sowieso schon begeistert sind und gar nicht noch eine Marketingaktion dafür brauchen oder auch so oder so gehen wollen, was auch immer. Sprich, es ist relevant, zwei Wahrscheinlichkeiten zu betrachten. Und dann sind wir beim Stichwort Uplift Modelling. Das ist eine Vorgehensweise, die versucht, den inkrementellen Einfluss einer Marketingaktion auf das Kundenverhalten zu modellieren. Sprich, die Differenz dieser beiden Wahrscheinlichkeiten. Welche beiden Wahrscheinlichkeiten hier dargestellt in einer Grafik für den Churn-Kontext? Zum einen die Wahrscheinlichkeit der Kündigung, wenn man nichts tut. Also die Churn Probability if untreated, hier abgetragen auf der horizontalen Achse und daneben die Kündigungswahrscheinlichkeit, wenn man den Kunden mit irgendeiner Maßnahme versieht, also Churn Probability if treated und diese abgetragen auf der vertikalen Achse. Und spannend ist jetzt eben, wie stehen die beiden Wahrscheinlichkeiten zueinander? Welchen Uplift generieren sie durch Subtraktion? Das heißt, man sieht die Wahrscheinlichkeit, bei Aktion ab, von der ohne Aktion. Und da ergeben sich vier wesentliche Gruppen. Zum einen haben wir den Streifen in der Mitte, der die zwei Kundenkategorien Sure Things und Lost Causes subsummiert. Sure Things sind die, die sowieso da bleiben, ob ich was tue oder nicht. Und Lost Causes sind eben diejenigen, die sowieso gehen, ob ich was tue oder nicht. In der Konsequenz lässt sich festhalten, dass in der, in dem mittleren Streifen eine Aktion keine Veränderung bringt und ich sie einfach bleiben lassen sollte. Ja, dann gibt es noch die Persuadables und die Sleeping Dogs. Die Sleeping Dogs, das sind das linksobere Dreieck, das sind die Kunden, die man besser in Ruhe lässt. Ja, nämlich die, die vielleicht von einem Service Call oder einem sonstigen Anruf genervt sind und gerade erst wegen dem Anruf gehen, sprich, damit konterkariert man quasi das Churn-Ansinnen, dass man Churn reduzieren möchte. Im Resultat erhöht man den Churn. Und das ist etwas, was man in der Realität oft genug beobachtet, dass Churn-Kampagnen zu mehr Churn führen. Und das wäre dann ein klassisches Eigentor. Was man viel mehr versucht zu erreichen, sind die Persuadables, nämlich die Kunden, die man mit einem Kontakt positiv beeinflussen kann, wo also die Kündigungswahrscheinlichkeit, wenn man nichts tut, höher ist als die Kündigungswahrscheinlichkeit, wenn man was tut. Wie das Ganze jetzt operationalisierbar ist, wird der Matthias erläutern. Genau. Dankeschön, Frank. Wenn wir, wie eben gezeigt, diese Response-Models oder Uplift-Models aufbauen möchten, dann haben wir das jetzt hier einmal schematisch nochmal dargestellt. Wir nehmen uns die Stammdaten, Vertragsdaten, die in unterschiedlichen Töpfen liegen, aggregieren diese, können damit eine 360-Grad idealerweise Customer-View erzeugen und bauen darauf unser, ich sag mal, herkömmliches, klassisches Response-Churn-Prediction-Model auf. Wir haben das jetzt eben, wie angesprochen, weiter verfeinert beziehungsweise weiterentwickelt und wir ergänzen die Experience-Daten, die Service-Daten und die Satisfaction-Daten und schätzen und schätzen hier jeweils für den Gesamtbestand der Experience oder für den Bestand der Kunden, für die wir keine Experience-Informationen haben, die Experience-Daten, wir schätzen Service-Level und Service-Bedürfnis für die Kunden, für die wir keine Service-Informationen haben und zu guter Letzt eben die Satisfaction, die NPS-Prediction für Kunden, für die wir keine Information haben. All dies führen wir dann zusammen in diese erweiterte 360-Grad-Customer-View inklusive Pre-Prediction. Die Pre-Prediction sind eben die neu entstandenen Töpfe durch unsere Schätzungen und darauf basierend sind wir nun in der Lage, ein Term-Prediction-Modell inklusive Pre-Prediction oder idealerweise wie eben durch Frank angesprochenen Uplift-Churn-Prediction-Modell inklusive dieser Pre-Prediction-Daten durchzuführen. Wie genau das in Data-IQ aussieht, das werden wir jetzt einmal noch demonstrieren. Dazu muss ich kurz einmal den Bildschirm wechseln. Einen Moment. Genau. Wir sind hier einmal jetzt in Data-IQ, haben hier unser Beispiel-Modell angelegt. Wir haben exemplarisch hier Stammdateninformationen von einer fiktiven Telekommunikationsfirma, haben einmal Customer Demographics-Informationen, Produktinformationen, Serviceinformationen, Statusinformationen zu dem Churn-Status und wir verbinden diese hier einmal schrittweise zu einem großen Datensatz sozusagen. Bevor wir in die Bevor wir in die in das Modell, in den Flow noch ein Stück tiefer einsteigen, möchte ich an dieser Stelle, wenn wir die Daten einmal aggregiert haben, auch auf das andere Punkt NPS Key Determined Analytics Dashboard zu sprechen kommen. Das haben wir hier auch exemplarisch als Dashboard aufgebaut. Mit den vorhandenen Daten haben wir hier unterschiedliche Dimensionen abgebildet. Wir sehen, die roten Kunden sind hier unten rot abgetragen, also die Detraktoren überwiegen hier, die neutrale sind ja ebenfalls wie die Promotoren in einer deutlichen Minderheit. Das heißt, wir haben ein relativ unzufriedenes Set an Kunden, auf das wir uns hier stürzen können. Abgetragen hier einfach exemplarisch, um zu zeigen, wie so etwas aussehen kann, haben wir eine Experience Information, beispielsweise das durchschnittliche monatliche Volumen in Gigabyte, das gedownloadet wird und hier sehen wir, je mehr ein Kunde downloadet, desto zufriedener ist er tendenziell, die Kunden, die hier vorne eher wenig Traffic generieren, sind etwas unzufriedener. Hier muss man dazu sagen, die Informationen sind eben aus beispielhaften Daten generiert, das heißt, genau, wir haben hier keine Echtdaten herangezogen, sonst würde das Bild sicherlich auch nochmal anders aussehen. zurück zu unserem Flow direkt hier in Data IQ. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben hier vorne unsere Kundendaten einmal aggregiert, haben hier an dieser Stelle dann ein Subset oder ein Set an Kundendaten, das wir einmal aufsplitten über diesen Splitting Node und zwar anhand des NPS Wertes in die Kategorie NPS is missing oder NPS is available, je nachdem, ob wir ein NPS zur Verfügung haben oder eben nicht. Dann schätzen wir auf Basis des Datensatzes, der den NPS zur Verfügung hat, eine NPS Prediction und wenden diese wiederum auf den Kunden an, für die wir keine NPS, keine Zufriedenheits Information haben. Der nächste Schritt ist dann diese gescordete Tabelle mit den geschätzten NPS Werten mit dem ursprünglichen Datensatz, den wir hier vorne haben, zu verbinden. Das Ganze passiert über einen Join, über die Customer ID an dieser Stelle. Genau, dann passieren hier noch ein paar Aufbereitungsschritte, sodass wir schlussendlich in der Lage sind, entweder den tatsächlich erfassten Zufriedenheitswert der Kunden auszuweisen oder eben den geschätzten. Das passiert hier in den Preparation Schritten. Damit wollen wir einmal exemplarisch anhand des Beispiels Satisfaction zeigen, wie eben wir vorgehen können, um diese fehlenden Werte zu schätzen, um dann hier hinten für das Thema Churn Prediction einfach einen sehr, sehr umfassenden, umfangreichen Datensatz zu generieren, den dann an dieser Stelle bei uns im kollaborativen Projekt der Frank übernommen hat, um Churn vorherzusagen. Ja, vielen Dank Matthias. Ich will nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben hier vorne also eine Menge von Datenquellen. Blau ist im Übrigen immer in irgendeiner Art und Weise eine Datenquelle oder ein Datensatz. Dann laufen ein paar verschiedene Joints in diesen gelb dargestellten Kreisen. Gelb ist immer in irgendeiner Art und Weise eine Daten Aufbereitung oder ein sonstiges Recipe zwischen den Datensätzen. Und dann wird gesplittet, dann wird modelliert und wir haben dann noch im Endeffekt den letzten Schritt zu gehen, nämlich die zwei Wahrscheinlichkeiten bei Treatment und bei Nicht-Treatment zu schätzen. Dafür möchte ich einen vorbereitenden Schritt kurz im Detail anschauen, und zwar dieses Prepare-Recipe, was ich jetzt hier markierte. Da wird eine neue Variable generiert, nämlich sie nennt sich Treated und wird erzeugt aus der ursprünglich vorhandenen Variable Offer. In der Variable Offer ist eingetragen, welches Offer der Kunde, der jeweilige Kunde zuletzt gesehen hat und die Ausprägungen sind Nun oder Offer A bis E und daraus machen wir eine Null im Falle Nun und ansonsten eine Eins. Das heißt, diese Variable Treated ist Boolean und oder Binär und reflektiert, ob der Kunde ein Treatment hatte oder nicht. Das ist jetzt eben relevant, um zu entscheiden, für welche Modellgenese der jeweilige Kunde in Frage kommt. Das heißt, wir splitten hier den Datensatz in einen Treated und einen Untreated. Das heißt, die Einsen gehen nach oben und die Nullen gehen nach unten. Und im nächsten Schritt wird in diesen grünen Knoten und das kann man sich auch merken, die Farbe Grün steht dann eben für Machine Learning, sage ich jetzt mal salopp, werden hier zwei Modelle trainiert. Das ist im oberen Fall ein Random Forest und im unteren Fall eine logistische Regression und beide Modelle sagen die Churn Wahrscheinlichkeit vorher und jetzt haben wir im Endeffekt alles an Werkzeugen da, was wir brauchen, um ein Uplift Modell umzusetzen. Das heißt, wenn man jetzt einen Kundendatensatz hätte, der in Frage kommt für eine Marketingmaßnahme, würde man ihn neu einbinden und es spielt hier keine Rolle, aus welchem Quellsystem er kommt. Der Daniel hat es einleitend erwähnt, DataEQ ist hier sehr flexibel und man würde die Datenquelle einbinden und dann eben einmal das Customers Treated Modell darauf anwenden und einmal das Untreated Modell die Differenz bilden und hätte damit eine neue Variable, die sich dann Uplift nennt und könnte den Datensatz anhand dieser Variable sortieren und entsprechend optimiert die Kampagne aussteuern. Jetzt würden wir noch mal einmal zurück wechseln auf den Foliensatz Ich sauhe einen kurzen Moment So und an der Stelle mit dem Vorgestellten würden wir jetzt sehr gerne mit ihnen die Kraft ihrer Daten entfesseln und ihre Use Cases lösen und in welcher Kaskade könnte das geschehen da haben wir vier Kategorien standardmäßig im Zugriff das heißt da gibt es ein Idea Meeting zu Beginn da reden wir von ein bis zwei Stunden kostenlos und unverbindlich im nächsten Schritt bieten wir sogenannte Data Potential Workshops an wo wir in ein bis zwei Tagen für einen Pauschalpreis Use Cases konkret anschauen und Vorgehens Modelle erarbeiten die dann zu einem Prototypen führen könnten was die nächst größere Ausbaustufe wäre wäre im Data Prototyp da reden wir über einen Zeitraum bis zwei Monate das läuft auf Time and Material und da würde man eben einen ersten Durchstich schaffen und wenn dieser Prototyp dann erfolgreich war wenn der Proof of Concept gelungen ist dann wäre eben die nächste logische Geschichte dann das Ganze dauerhaft ins Business zu integrieren dann sind wir bei Data Science Solution und da kommt dann natürlich auch Data IQ als potenzieller Partner ins Spiel und es würde mich freuen wenn wir mit dem einen oder anderen hier in den engeren Austausch kämen hier meine Kontaktdaten also gerne melden wer überdies auch noch in das Thema Uplift oder Churn tiefer einsteigen möchte ich habe dazu auch noch zwei Publikationen die ich zusenden könnte bei Interesse und ansonsten möchte ich mich an der Stelle bedanken fürs Zuhören und schaue mal in deine Richtung Daniel ob es Fragen gibt vielen Dank Frank vielen Dank Matthias war eine ganz spannende Geschichte dieses ACRM mit den Uplift Modellen ich schaue jetzt mal kurz bei den Questions rein und tatsächlich ich sehe da ein paar Fragen die aufgetaucht sind das erste ist vermute ich schon auf dieses Data IQ das Modell das ihr gezeigt habt und da ist die Fragestellung weshalb verwendet treated und untreated verschiedene Modelle du hast glaube ich bei einem was ein Regressionsmodell ich glaube es geht in diese Richtung ok verstanden ja ist eine gute Frage vielen Dank dafür vorweg also grundsätzlich sind das unterschiedliche Datentöpfe das heißt unterschiedliche Kunden und die eine Kundengruppe hat kein Treatment erfahren und die andere Kunden hat ein Treatment erfahren und das sind genau die zwei entscheidenden Gruppen die wir brauchen wenn wir uns zurück erinnern an dieses Modell was das Thema Uplift erklärt hat das heißt man muss hier unabhängig voneinander zwei Modelle trainieren dass das jetzt im einen Fall ein random forest und im anderen Fall eine logistische regression ist das muss nicht zwingend so sein sondern das hat uns einfach Data IQ der Quick Modeller in dem Fall automatisch als bestes Modell quasi geliefert und wir haben uns da auf die verlässliche Data IQ Lösung quasi drauf gesetzt das könnte auch ein gleiches Vorgehen sein aber immer sind es zwei unterschiedliche Modelle die resultieren aus einer unterschiedlichen eingehenden Datenmenge Vielen Dank hierzu Frank dann habe ich hier noch eine Fragestellung die geht in die Richtung wer sind denn die typischen Abnehmer in einem Unternehmen für die Resultate der Modelle also ich könnte mir vorstellen es geht so in die Richtung sind das eher Leute aus dem Marketing aus dem Vertrieb oder sind das unterschiedliche Nutznießer die eigentlich von diesen Analysen einen Mehrwert erhalten Ja also die einfache Antwort ist Ja das geht von bis und die spannende Geschichte ist natürlich dass es oft genug Leute sind die jetzt nicht im Machine Learning Data Science Bereich zu Hause sind der Sponsor ist typischerweise aus dem Fachbereich denn er hat ein Business Problem er möchte weniger Churn um jetzt in unserem Bild zu bleiben und er ist am Ende auch der jenige der den Einsatz im Endeffekt verantwortet und das setzt voraus dass man die Dinge die man tut gut erklären kann und das ist zum Beispiel auch ein Aspekt warum wir so überzeugt sind auch von der Data IQ Lösung weil man hat glaube ich gerade gesehen das Ganze ist grafisch sehr schön aufbereitet und man muss hier keinen Python Code verstehen um mit jeden Fall immer fachlich verantwortliche die auch mit drauf schauen ja und es können aber auch am Ende des Tages Leute sein auf C-Level die sich nur einen Report anschauen der irgendwie automatisiert generiert wird vom Data IQ und es kann aber auch ein Data Scientist im Falle die Unternehmung selbst eine Data Science Abteilung hat auch mitspielen und man hilft dann einfach Fuß zu fassen und die Analysen durchzuführen also tatsächlich von bis die Challenge die aber immer eigentlich dabei ist dass man jemand fachfremdes auch vom Thema überzeugen muss vielen Dank Frank die eine Frage ist ganz einfach an Data IQ die ist auch einfach zu beantworten ob wir einen Sitz in Deutschland haben und die Antwort ist ja unser Sitz in Deutschland ist in Frankfurt am Main wir haben aber auch Mitarbeiter die in einem Büro in Berlin zu Hause sind und natürlich wie es die aktuelle Zeit auch vorschlägt viele von Homeoffice also durch Covid natürlich auch etwas belastet aber ja Sitz Deutschland ist Frankfurt am Main so was die nächste Frage was für Möglichkeiten für Turn Predictions seht ihr wenn es keinen Moment das geht ein bisschen schnell zu mich wenn es keinen eindeutigen Turn Event gibt ein Beispiel dafür sind E-Commerce Unternehmen die wissen wollen welche Kunden den Shop nicht mehr nutzen wollen ich versuche nochmal zu rekapitulieren und vielleicht können wir uns die Antwort aufteilen Matthias und ich ich hätte jetzt verstanden was kann ich tun wenn ich kein Churn Label habe wenn ich also keinen klassischen Churn habe wie ein Subscription Business das heißt da könnte ich so Dinge tun wie und das habe ich auch schon öfter gesehen dass man eben eine gewisse Zeitspanne definiert ein Kunde hat zum Beispiel seit 3, 6, 9, 12 ich weiß nicht wie vielen Monaten nicht mehr gekauft und das definiere ich als Churn also da kann man sich natürlich helfen und es braucht nicht diesen einen krassen Moment wo ich es wirklich so punktuell festhalten kann ja da sind wir dann auch im Bereich irgendwo Feature Engineering und da kann man sehr kreativ werden vielleicht hast du noch da eine erfahrungsweise Matthias genau genau also im Versandhandel E-Commerce ganz generell wird das tatsächlich häufiger angewandt indem man wie der Frank eben gesagt hat die Kunden in Unterschied oder ersten Schritt glaube ich steht da tatsächlich noch eine Kundensegmentierung bevor das mit den Kunden in beispielsweise regelmäßige Käufer und eher weniger regelmäßige Käufer die eben nur ein bis zweimal im Jahr kaufen unterteilt und dann eben diese Zyklen sobald die gebrochen werden als Churn Events betrachtet bedeutet da generieren wir mehr oder weniger unser unser Churn Event sozusagen eigenständig Vielen Dank hierzu dann die nächste Frage geht in Richtung Erfahrung von eurer Seite her und zwar welche Erfahrungen haben Sie mit den Churn Prediction Massnahmen im proaktiven und reaktiven Kundensegment quasi Kunde ruft Support an Bereich gemacht und zwar wurden individuelle Massen zur Reduktion des Churns auf Basis der Prediction abgeleitet Ja also auch hier eine vielschichtige Frage eine gute Frage ich denke wir können uns auch hier die Antwort wieder teilen ja was eingangs so ein bisschen rauskam das Thema Retention das habe ich schon häufig gesehen und auch schon häufig sehr erfolgreich eingesetzt wo man dann eben gewisse individuelle Offers platziert wo man auswertet welcher Kunde hat vielleicht welchen Customer Lifetime Value was kann ich da antizipieren welche welche ja welches Budgetrecht fertigt das für ein Retention Offer und das geht sehr gut um ehrlich zu sein im Thema Prevention da sind die Erfolgsgeschichten rarer gesät da muss man genauer hinschauen und das ist deutlich herausfordernder auch hier kann es gelingen aber da müssen sehr viele Komponenten zusammenspielen man sollte Uplift Modelle implementieren man sollte auch vernünftige Maßnahmen parat haben und eine ein Ansatz kann natürlich sein auch einen Inbound Call vom Kunden dahingehend zu verwerten und was das Thema Service Calls angeht da hat Matthias schon sehr viel gesehen genau also tatsächlich ist es ein Punkt dass man die Service Calls dann mehr oder weniger für Maßnahmen in dem GERN Umfeld benutzt das heißt dass eben an dieser Stelle wenn der Kunde sich proaktiv meldet mit Service Anliegen dass dies bestmöglich umgesetzt wird dass die Kundenzufriedenheit auch danach idealerweise steigt und sozusagen die ja dieser GERN Wunsch etwas reduziert werden kann genau ich hatte gerade noch ein weiterer Gedanke nicht GERN betreffend nicht Service betreffend sondern GERN betreffend und zwar können wir an dieser Stelle die Maßnahmen auch so ausgestalten dass wir Entschuldigung jetzt habe ich den Faden verloren ich versuche es nochmal ja während der Matthias überlegt übernehme ich mal ganz kurz also was natürlich um das Thema Inbound Call nochmal aufzugreifen was da natürlich the beauty of it ist dass halt da die Momentum ich wecke einen schlafenden Hund das entfällt hier natürlich ja deswegen ist es durchaus charmant mit Inbound Calls zu hantieren oder darüber nachzudenken weil ich da natürlich eine gewisse Grundgefahr nicht habe ja gut vielen Dank ich leider ist die Zeit schon durch das heißt wir sind dem Ende nahe gekommen haben die Fragen beantwortet was ich aber hier als Idee mitgeben möchte es ist für alle die noch gehen etwas tiefer in die Thematik einsteigen wollen ich hoffe ihr habt euch hier die Koordinaten von Frank notiert und ich würde vorschlagen nutzt doch die Idee des ID Meetings oder sogar des Data Potential Workshops um dann quasi mal auf eure bestimmten Use Cases das Thema mal durchzuspielen und im Rahmen eines ersten Prototypen innerhalb von einer Zeit von zwei bis acht Wochen das Ganze mal umzusetzen und daraus entstehen sicherlich nochmal Fragestellungen die Firma Essent die mit euch bespricht und auch euch Lösungsvorschläge darstellt in diesem Sinne noch einmal recht herzlichen Dank für die Teilnahme an unserem Webinar wie gesagt das ganze Weg in Kürze nochmal als Replay zur Verfügung stehen auf der Plattform und dann können wir euch sicherlich nochmal in den nächsten Tagen auf Fragen die auftreten nochmal gerne Informationen zustellen und wie gesagt Frank und Matthias stehen euch zur Verfügung Schlusswort Frank Matthias gerne nein alles wunderbar alles gesagt vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen auf weitere Rückmeldungen vielen Dank und ich wünsche allen noch einen erfolgreichen Wochenendspurt und hoffentlich bleibt alle gesund danke tschüss tschüss tschau